Musik Willkommen zum ersten digitalen Köthener Adventskalender. Ich wünsche euch erst einmal einen guten Start in die neue Woche. Und heute am 7. Dezember blicken wir mit Sebastian Scholz noch einmal auf Nikolaus zurück. Danke, lieber Nikolaus. Lieber Nikolaus, ich will dir sagen, ich danke dir sehr für deine Garn. Ich war recht brav und wohl erzogen, hab nicht geklaut und nicht gelogen. Ich hab gewartet die ganze Nacht, meine beiden Augen fest zugemacht, die Socken gewaschen und aufgehängt, damit Knecht Ubrecht nur Gutes denkt. Nun bin ich glücklich, mein Herz es lacht, hast du doch die schönsten Dinge gebracht. Ich möchte dir sagen, lieben Dank, er kommt von Herzen, bitte nimm ihn an. Musik Musik Musik